So Freunde, reden wir heute darüber, was Long & Short überhaupt ist, dann schauen wir uns Hebel und einige Geheimnisse an, die einem so nicht erzählt werden. Falls die Zeit reichen sollte, habe ich noch andere Themen vorbereitet, aber fangen wir direkt an. Also wir sprechen beim Traden am Kryptomarkt ja immer von Long & Short oder Buy & Sell. Was ist das eigentlich und was läuft da hinter den Kulissen ab? Naja, reden wir erstmal über Buy & Sell beim Spot Trading. Wenn man ohne Hebel eben am Spotmarkt eine Krypto kauft, dann geht man nicht wirklich einen Vertrag ein. Man kauft die Krypto ohne Hebel ein und ist im Profit, wenn sie steigt und im Minus, wenn sie fällt. Die Buy Order ohne Hebel ist die reinste Form des Tradens und es gibt extrem profitable Trader, welche nur Buy traden ohne Hebel und das jahrelang erfolgreich. Denn beim Kauf kannst du rein theoretisch nur 100% verlieren, aber nach oben gibt es keine Grenze und du kannst sehr leicht mal 800% gewinnen. Daher ist die Buy Order ohne Hebel die sicherste und reinste Methode zum Traden. Geht man jedoch eine Sell Order ohne Hebel ein, dann geht man gleichzeitig einen Vertrag mit jemandem meist der Börse ein, welche diese Anteile an der Krypto nicht verkaufen, sondern halten will. Der Endverbraucher, ich und du, sagen der Börse quasi, komm, gib mir dein Asset, ich bin mir sicher, wir werden fallen. Also verkauft man den Coin oder Token der Börse und hofft auf fallende Preise. Sollten diese Preise fallen, dann kauft man den Coin oder Token ein und die Differenz ist dann der Gewinn, von welchem du natürlich noch Gebühren an die Börse abgeben musst. Steigen wir entgegen deiner Prognose, musst du das Asset natürlich zurückkaufen. Meist ist die Sell Order hier auf einen 100%igen Verlust begrenzt. Kurz zu der Linguistik, Menschen die kaufen, bezeichnet man als Bullen, daher auch Bullenmarkt und andersrum Menschen die verkaufen, nennt man Bären, also Bärenmarkt, wenn die Bären überwiegen. Die Sell Order hat den Vorteil, dass Trader ungleich von Hotline auch im Bärenmarkt Gewinne mitnehmen können bei fallenden Preisen. Wenn wir uns nun Buy and Sell mit Hebeln anschauen, dann sehen wir, womit die Tradingbörsen richtig Geld machen. Sagen wir, ich gehe mit einem 100er Hebel Long, dann leiste ich beispielsweise 1000 US Dollar für den Coin und die Börse oder Bank leiht mir die anderen 99.000 US Dollar. Der Vorteil ist hier, dass meine Ordergröße stärker ist und ich somit auch leichter Profite entnehmen kann, aber ich auch leichter alles verlieren kann. Mit diesen 100.000 US Dollar werden dann die Coins und Tokens gekauft bei einer Long Order. Sollten wir steigen und ich schließe den Trade-in Plus, werden die Anlagen verkauft, ich bekomme den Profit, die Bank bekommt ihren Kredit wieder und die Gebühren natürlich. Fallen wir bei einem 100er Long Hebel um 1% jedoch, sind quasi meinen 1000 Euro weg und die Bank sagt, meist stopp, bis hierhin und nicht weiter, verkauft den Trade und nimmt sich den Kredit zurück und die Gebühren wurden natürlich schon am Anfang abgezogen. Somit sind Hebel ein Weg für Menschen mit wenig Geduld schnell viel Geld zu machen. Zu den Geheimnissen hierbei kommen wir jedoch gleich. Bei einem 100x Short leiht man sich eben ein Asset von der Bank, verkauft diese Assets und sagt ihr, wir kaufen sie später günstiger wieder ein. Und auch hier wird man liquidiert, wenn da eine 1000 Euro verspielt sind. Die Hebel sind folglich eine Art des Future Traders. Was einem nun niemand sagt ist, dass man bei Hebeln immer einen miserablen Deal eingeht. Warum? Naja, erstmal bezahlt man auch Maker- oder Taker-Fees für das geliehene Geld. Weiterhin wird man schneller liquidiert, als man Gewinne ausbezahlt bekommt. Wie meine ich das? Naja, sagen wir, wir gehen jetzt mit einem 100er Hebel bei Bitcoin Long. Dann werden wir bei minus 1% liquidiert. Das wäre ein Bitcoin Preis von 26.000 zur Zeit, minus 1%, also hier. Und genau bei minus 1% wären wir also liquidiert. Steigen wir nun jedoch um 1%, dann müssten wir 100% Gewinn haben. Haben wir jedoch nicht. Wir haben einfach etwas Absurdes wie 80 bis 81% Gewinn. Das heißt, du bezahlst Make- und Taker-Fees für den geliehenen Betrag, was bei einem 100 Hebel bei 100 Euro mehrere Euro Gebühren sein können. Das macht sehr viel aus und glaubt mir, das sollte man nicht unterschätzen. Dann bezahlst du manchmal noch Gebühren für den Vertrag und zu guter Letzt kriegst du schlechte Gewinnausschüttungen. So sichert sich die Bank doppelt und dreifach ab, aber dir als Trader muss das bewusst sein. Hebel können ein guter Weg sein, schneller Geld zu verdienen, aber du musst eine höhere Winrate haben als jemand, der ohne Hebel tradet, weil du schlechte Rahmenbedingungen abbekommst und du kannst leichter liquidiert werden. Diesen Hebelaspekt haben die Börsen jedoch mittlerweile so clever in Szene gesetzt, dass fast niemand mehr im Kryptomarkt ohne Hebel traden möchte. Die Folgen sind, dass man sehr schnell auch viele Gewinne macht, aber es kommt bei den meisten einen Punkt, meist in den ersten drei Monaten, wo sie alles verlieren. Und genau das wollen wir vermeiden und ich zeige euch wie. Ich hoffe, ich konnte euch für heute jedoch einen Blick hinter den goldenen Vorhang geben. Falls jemand nun oder in der Zukunft traden möchte, meldet euch gerne über meinen Link zu BitGate an. Es gibt lebenslange Gebührenrabatte, ab und zu Trading Boni und ihr unterstützt meine Arbeit. Like oder Bo nicht vergessen, bis demnächst, euer Big Daddy.